Ja Leute, ich bin mal wieder nahe der Wasserkuppe zum Skilanglauf unterwegs und ich versuche so etwas ähnliches zu machen. Und die Natur und das Wetter heute ist einfach perfekt. Guckt euch das hier an. Die Rhön ist einfach wunderschön. Da vorne seht ihr die Wasserkuppe. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr mal Urlaub im Winter machen wollt und es liegt Schlehe auf der Wasserkuppe, dann auf jeden Fall auch zum Skilanglauf oder zum Skifahren hierher kommen. Passt.